Das Thema, jeden Tag die Not der Künstler, ausgefallene Konzerte. Roland Kaiser darf singen, Sarah Connor nicht. Wie ist die Lage bei den DJs? Es ist so, dass viele von uns ohne Arbeit sind derzeit und das schon seit Mitte März, seit die Clubs zu haben. Festivals finden ja auch keine Stadt aktuell. Das heißt, es bleiben vielleicht noch für den einen oder anderen die Hochzeit oder der Geburtstag oder was jetzt auch immer mehr im Trend liegt, die Party zu Hause. Wie kann man sich das denn vorstellen? Du bist ja wirklich mit großen Stars auch aufgetreten, hast tolle Remixe gemacht. Kannst du dir vorstellen, bei einer Hochzeit aufzulegen? Naja, ich bin ja DJ schon sehr lange und auch aus Leidenschaft. Deswegen ist mir, also ich spiele Hochzeiten auch, nicht so viele, wie vielleicht sich der eine oder andere Hochzeitsgast wünschen würde. Aber normalerweise bin ich ja eher ein elektronischer Künstler und bin auf Festivals und in Clubs zu Hause, aber auch gerne mal eine Hochzeit. Das macht auch Spaß, natürlich. Wie sieht es denn so mit der Cola aus? Du hast uns im Vorfeld erzählt, du musst da auch relativ viel Honorar verzichten. Wie kommst du jetzt so über die Runden? Aktuell helfe ich meiner Freundin. Die ist in der Gastro tätig und betreibt seit fünf Jahren ein Restaurant in Chiemgau unten auf einem Golfclub. Da helfe ich aus. Wir haben uns ein paar Aushilfen gespart und haben uns gesagt, komm, dann schmeißen wir zusammen. Und auch der Gastro geht es ja nicht besonders gut. Da helfen wir eben zusammen jetzt gerade. Das heißt also, du stehst hinterm Tresen und zapfst Bier oder bedienst die Gäste. Wie kann ich mir das vorstellen? Ganz genau so sieht es aus. Ich bin der Oberkellner, bin auch vor kurzem erst befördert worden, vor drei Wochen, glaube ich. Und vielleicht ein neuer Berufszweig, wer weiß. Ja, das muss man sich wirklich mal auf der Zunge zergehen lassen. Wirklich der Star-DJ, der kellnert jetzt. Wie viel Geld fehlt dir da jetzt? Naja, man kann sich so ungefähr vorstellen, dass man im Sommer ist ja auch noch Hauptsaison. Man geht jetzt, ich glaube aktuell bei mir sind es um die 80 Shows, die abgesagt worden sind. Das ist schon ein sechsstelliger Betrag, der jetzt durch die Lappenheim geht oder den man nicht als Umsatz verbuchen kann. Und kann man das irgendwie nachholen? Wann, glaubst du, geht es wieder weiter? Ich hoffe bald. Ich hoffe, dass die Corona-Pandemie bald zu Ende ist. Das ist auch völlig ungeahnt dessen, was man darüber denken mag. Aber natürlich kann ich auch verstehen, dass Clubs und Festivals die sind, die am längsten leiden müssen. Denn da ist man wirklich nah aneinander. Da wird sich aneinander gerieben und miteinander getanzt. Das soll ja auch so sein. Ja, ich hoffe, dass vielleicht unser Immunsystem bald einen Weg findet oder es bald einen Impfstoff gibt oder ein vernünftiges Mittel dagegen. Und ich hoffe, dass die Menschen das Tanzen nicht verlernt haben und auch das Feiern nicht verlernt haben. Aber wenn ich mir das aktuelle Geschehen so anschaue, dann wollen die Menschen feiern und tanzen, wollen auch Kultur erfahren. Es ist nur schade, dass bei den DJs oder in der Veranstaltungsbranche da halt auch mit zweierlei Maß gemessen wird. Also zum Beispiel die Hochkultur, die wird ja immer schon bezuschusst und supportet. Da finden aktuell Konzerte statt. In der Oper in München sind mittlerweile 500 Gäste erlaubt. Man misst da leider mit zweierlei Maß, wie man so schön sagt. Aber gut, wer weiß. Ich hoffe auf alle Fälle, dass es bald weitergeht. Regt dich das auf, dass also DJs oder auch Tanzveranstaltungen ja so ein bisschen verpönt sind, aber tatsächlich Oper findet so allmählich wieder statt? Ich finde es schade, weil ich finde, Kultur ist Kultur. Und wenn man da jetzt Abstriche macht und sagt, Oper ist cool und Tanzen ist nicht cool, dann ist das meinungsbildend. Und davon habe ich noch nie etwas gehalten. Ich finde, dass eine Tanzveranstaltung oder ein Club, das gehört zu unserer Kultur, das gehört zu Menschen. Die Leute wollen ausgehen, die wollen feiern, die wollen die Alltagssorgen vergessen, die wollen durchzechte Nächte haben. Und genau das ist es eben. Und wir sind jetzt nicht eine Horde Wilder, die den ganzen Tag nur feiern und dann den Rest der Woche irgendwie damit verbringen, den Krater auszukurieren. Sondern nein, da steckt tatsächlich auch ein Business dahinter. Da sind viele Leute, die extrem darunter leiden. Das sind nicht nur die Clubbesitzer, das sind die Barkeeper, das sind die Technikleute, das sind die Firmen. Aber egal, wo man hinschaut, welche Eventbranche auch immer, es trifft sie alle hart, vom Messebau bis zur Hochzeitsbranche. Wie gesagt, sie leiden alle. Und es ist tatsächlich schade, dass es vom Staat so wenig Hilfe gibt und dass es so wenig Aufmerksamkeit für diese Art von Leuten gibt. Da muss ich mal an Kempkins dazunehmen, die Kritik ja, der Staat tut zu wenig. Sind tatsächlich so Solo-Selbstständige oder Einzelkämpfer, Künstler, sind die vergessen worden? Hat man manchmal so ein bisschen den Eindruck, ja. Es gibt ja natürlich auch diese Möglichkeiten auf kurzzeitige Kredite. Es gab diese Schnellkredite, diese Unterbrückungs- und Überbrückungsgelder, die gezahlt wurden. Aber die sind natürlich schnell aufgebraucht gewesen. Und die Ticket-Lösung bringt dem Künstler nichts. Und deswegen glaube ich hier, wie Tom Novy gesagt hat, wenn ich mal nach 2005 zurückschaue, da war er mit seinem Superhit Take It ganz groß in den Dance-Charts, den meistgespielten Song in den deutschen Radios. Und ich glaube, das ist ja auch das, was wir heute irgendwie spielen müssen, Take It, also die Gelegenheit beim Schopfpacken. Und ich denke mal, das ist genau das Richtige, so wie das ja auch hier gemacht wird. Noch eine Frage, Tom. Die Leute, was wir so hören, haben im Moment auch gar nicht so Lust. Du sagst natürlich, die Leute wollen tanzen. Aber wir hören zum Beispiel von Konzertveranstaltern Konzerte in geschlossenen Räumen oder Hallen. Da würde auch im Moment ein Ticket-Vorverkauf sehr schleppend anlaufen. Wie siehst du die Disco-Szene? Ist die jetzt regelrecht verpönt oder in die Ecke gestellt? Oder bleibt da doch was Positives? Ja, das ist sicherlich ein großes Thema, denn die Leute sind natürlich traumatisiert. Die Leute haben Angst. Wer will da noch hingehen? Natürlich, ich weiß es nicht. Ich glaube, man müsste es erst mal wieder öffnen und dann müsste man halt auch mit guten und sicheren Konzepten kommen. Wenn ich mir allerdings momentan so die Szene anschaue, auch in Deutschland, und ich mitbekomme, wie viele Leute tatsächlich zu Hause privat feiern, dann kann man die Clubs auch wieder aufsperren. Ja, da ist was dran. Noch eine wichtige Frage. Du bist ja schon sehr, sehr lange im Geschäft. Hast du sicherlich auch einen Überschuss. Du kellnerst zwar, aber ich vermute mal, du nagst jetzt nicht am Hungertuch. Gibt es denn so Tipps, wie du jetzt in dieser Krise so dein Geld anlegst? Also mein Geld anlegen, da bin ich momentan vorsichtig. Tatsächlich, ja, ich habe Rücklagen. Allerdings reicht es auch nicht für die Ewigkeit. Auch so ein Solo-Selbstständiger hat auch Kosten. Jetzt natürlich nicht wie eine große Firma oder wie eine Event-Company. Allerdings, ja, da sind schon auch Dinge, die weiterlaufen. Verträge, Leasing-Geschichten, Studio-Equipment. Ich weiß nicht, Geld anlegen, vielleicht Immobilien. Ich weiß es nicht, keine Ahnung. Du bist ja auch ein Multiplikator. Wenn ich dir jetzt 30 Sekunden Sendezeit gebe, dass du einen Appell an die Politik richten kannst. Wie sieht dein Appell aus? Du hast jetzt 30 Sekunden. Wow, das ist jetzt ein bisschen sehr spontan. Aber ja, liebe Regierende, es wäre schön, wenn wir bald zur Normalität zurückkommen könnten. Die Menschen wollen Kultur, die Menschen brauchen Kultur, die Menschen brauchen Veranstaltungen und Events. Es ist nicht geholfen, den Menschen so viel Angst zu machen. Ich glaube, es wäre weitaus sinnvoller, Konzepte zu finden, wie wir gemeinsam, auch mit den Veranstaltern, auch mit den Künstlern, durch diese Pandemie gehen oder dieses Coronavirus eben gemeinsam besiegen. Es wäre schön, wenn die Veranstaltungsbranche nicht ganz in Vergessenheit gerät und eben nicht nach hinten runterfällt und es eben nicht nur die Kulturschaffenden sind wie Opernhäuser oder Schauspielhäuser, sondern es gibt eine ganz große Branche. Wir machen ganz viel Umsatz in diesem Land und bitte vergesst uns nicht, bitte denkt auch an die Musikschaffenden, die DJs, die Eventbranche, die Veranstalter, die Promoter, die Barkeeper, all diese Leute sind seit über 170 Tagen ohne Arbeit und die brauchen euch dringend. Lasst sie nicht im Stich. Ja, und dieser Appell ist mit Sicherheit angekommen. Vielen Dank, Tom Novi. Wir drücken die Daumen, dass es irgendwann wieder bergauf geht.